wie ist burning blood zu zocken mach ich das jetzt richtig eingestellt ist alles ja ich denke das sollte richtig angezeigt werden so und dann auf zur story irgendwo da mittendran bin ich stehen geblieben ich glaube das habe ich gemacht muss ich das jetzt machen ich mach mal das hier da habe ich mal irgendwann angefangen und nicht mehr weiter gespielt ich finde dass das alles mit aufgenommen wird und da keine blockierte zähne gibt da sieht man etwas von der story cool oh mein gott ich hoffe das kann ich noch irgendwie ich werde gerade über ist gefickt wie kann ich wechsel ich werde sowas von niedergemacht ich bin echt schlecht in diesem spiel ich muss mich da erstmal zurecht finden woher bin ich da komplett alleine mit evan kuff muss gegen zwei gegner kämpfen aber das ist nicht auch moment mal bewegungsliste wie mache ich das jetzt nette erklärung ok hat mir jetzt viel gebracht ich weiß nicht äh blubt man irgendwie gibt es da nicht eine übungsmodus wo ich das kämpfen lernen kann das wäre ziemlich praktisch ach so mit kreisblocks ok ja kommt versuchen wir irgendwann noch klappt das sicher ok Jojaja, das war's gut! He-Hehe! 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 Hehehehe... havia wie eine Verbindungen verbunden ist... hold on! de facto was auch節 끝! Sie haben ihn mit Mario die wir Auch! Jetzt... ... hab lediert... Also das habe ich wieder kommend burnt. aber vielleicht wenn ich da weiter dran interessant